Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge COD Infinite Warfare im Singleplayer-Modus. Wir prügeln uns durch so ein paar Nebenschlachten, hoffen ein wenig Equipment dabei zusammen zu kriegen. Und ähm... Oh, dann machen wir die da. Uh, was ist das? Nehmen wir das einfach mal. Und starten. Oh, was ist das? Was ist das? Du warst für einen Moment da. Nein, nein. Ich habe meine Tasche. Schade. Ich werde dich auswählen. Ich werde dich auswählen. Ich werde dich auswählen, Herr. Du investierst in limited combat-fähigkeit. Wir brauchen die Kälter und die Erwählung. Copy, Ethan. Set-Deaf hat uns quasi auswählen. Ich bin zurück, Herr. Stand straight, Ethan. SCAR-1. Tower advises. Limited visibility in high winds. Roger. 1-1. Check. 1-2. SCAR-1. Launch. Launch. Hit it. Launch in three. Two. Ha. Launch in three. Two. Bam. Okay. Big frog. Tower was right. We should be in range. Affirmative. You're just overhead. Marking positions on your house now. Eyes on multiple airships. Counting five. Clear to engage. Line him up. Stop. 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 willen Fighters. Get down. Stop. Stop. enemy. Ich bin mit mir! Countermeasures! Nice one Fever! Skelter Dusted Skelter Dusted Wieder einer weniger Dann kümmern wir uns doch mal um die Freundin Oh, da gibt es Kumpen zu lassen Oh, da gibt es Kumpen zu lassen Wo sind denn die Aces, da ist einer? Wird nicht die Beste nicht so gut! 5 Missiles are needed Weapons overheated 2,8 Missiles 1,8 Missiles 1,8 Missiles 1,8 Missiles Don't forget about that race, Sir! Gap, over-runs are needed Missiles out 4 Missiles remaining Wie viele verdammte Flares hat der Sack denn? Oh, Sack. Zurück zu den J-Jacks. Wie schnell die Rakuten haben doch einfach mal eingefangen. Überrasch. Hauptsache nochmal Raketen ein- Nein Oh, 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 oh. So, weil das so wenig war, machen wir doch gleich noch eine zweite hinterher. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Hier sind zwei. Nehmen wir die Mission. Die Stratcom hat die Ente, dass eine SDF-Liederschafts-Konferenz ist in der Kuiper-Belt. Vier destroyer sind, um die HVT zu den Ikerious. Wir werden uns aufbauen und nehmen die HVT raus. Das ist nur du und ich, also... Full Stealth. Versteh, wir machen das. Full Stealth. We've got a full inventory for you, Captain. I'll be giving you suppressed weapons for obvious reasons. SID-Def uses bots for security. Hacks and shock grenades could be useful. Ah, nehmen wir das, was er uns vorschlägt, wobei ich nicht der Freund hiervon bin. Dann nehmen wir das hier. So, was haben wir hier? Hacking. Und das Schild. Na, dann nehmen wir die Foamwall mit. Schockgranaten, Antigraf. Passt. So, so. Zuck. 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 Good hunt, you two. Once we debarve, we stash our jacks and wait for set-up at the rally point. Bellow to Vicarious, I'll guide you to climate control. You will shut down life support. Terminating HVT. Roger. Let's hit it. Scar 1's tower advises limited movement on target for low radar profile. Check. Copy. Scars, you are green to go. Roger. Sending. Launch in 3, 2, 1. Bam. Ach, geht das jetzt schon wieder los. Oxygen's at 36%. They should have been here by now. Got 30 more mics on the comms blackout to red. We're still bingo on life support. Let's stay put. Roger. Standing by for enemy move. There she is. Copy. Target confirmed. SDF Icaria's overhead. Dry dock hatchways are ingress. Roger. Keep tight to the hull. I'll get us in. Copy. Yay. 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 The keel relay is just ahead. I can guide you to the meeting from there. Check. Plant this in the vent system and we'll shut down life support. So far we're undetected. Let's keep it that way. This is it. I'll patch in and locate the meeting while you get the uniform. Copy. I'll check in from crew quarters. Careful. You got a hostel nearby. Check your HUD for tracking data. GAC, 530 for the positive IV on UNSA forces. Get in the pocket. Do you have a sit-step on the boss data on 5-1-actual? Good. That's not what happened. Careful. You got a hostel nearby. Check your HUD for tracking data. Check your HUD for tracking data. GAC, 530 for the positive IV on the space forces. I don't know. You have a sit-step on the boss data on 5-1-actual. S.C., 630 for the positive IV on the space. Salt. I'm at the checkpoint. Copy. Ja, es ist regrettbar, wenn der Krieg vorbei ist, bevor wir die Chance haben, wir haben die Chance zu verbreiten. Arsene Turner. Was ist das? Erich ist klar. wir wollen es weiter die 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 Ich habe eine Uniform. CIP, ich habe eine Escalating Damage-Report. Unitions, Main-Battern. Schiff, White! Pressure failing, reported by Engineering. Uniform acquired. Was ist das? 3 HVTs have transferred to the Ikaria. The meeting's about to start. You'll need credentials to get near the conference. I've marked a target, you can pull an ID from. Copy, send it. Don't shoot! The Uniform will keep you hidden. The prep Ordnance control last night. Any idea where we're being tasked? I don't think they know yet. That's what the meeting's about. There's multiple operations underway. Good stuff. Charter's clean. I'm in. Target visual. Copy. Try and isolate. Go around, I'll jam comms till you're clear. So. Erstmal das Wichtige. Erstmal das Wichtige. Dispapfen. Mal. Z. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Not done Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ready when you are, Reyes Let's shut down their life support Atmosphere and gravity controls prepped Copy, get out clean I'm down Cut off life support Venting now Move it, we can't let them get away Das war jetzt irgendwie... Hallo? Ich hab auch ne Scheiß verfallen Warum ist der nicht im Mutfall? Ich will mir ins Genicke schlagen Geheheheheheheh We've got one, new frame 30 Hold down, hold hatches forward to frame 20 Sauts are clear It's me I hate that uniform I set the beacon for the ray Let's get to the exfil On you Where's the solter hin? Solter! Ich würde gerne wieder meine richtigen Wochen Ich sehe dich, ich sehe! Entschuldigung, ich habe es bei dir partsbüter 2 10 m Ich erke� Luc reing add in New signal, sending SCAR-2 to your position. How copy? Copy, Gator. Get Burns in here. Multiple hostiles headed your way. I see him. Engaging. 10 o'clock! Taxi approaching now, sir. 9 o'clock! I'm out! Captain, your Jackals are on station. Copy, visual! Wing up, Rans! Rans, high now. We need those Skelters cleared off the retribution. Gators, spool up for drop. SCARs will clean up the air. SCAR-2, you heard the Captain. You are free to engage. Goodlands,'re on, please. I need to hit you! SCAR-2, youあぁ theOG! Boatlerde are increasing. geht's off Das war's. ja wir sind doch gleich wieder zack drei achievements fertig ich glaube wir haben alle neben müssen fertig warum auch immer er jetzt wieder mit seinem geruckel anfängt so mache so damit werden wir wieder am ende einer folge angelangt vielen dank für eure aufmerksamkeit wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin habt viel spaß und schaut auch in meinen anderen videos bye-bye